Ich komm gleich wieder. Warte auf mich, ich komm mit. Rianne! Wow, du bist hier? Naja, ich... Rianne... Ich muss los, Tino wartet auf mich, er nimmt mich mit. Nein, warte, Rianne! Warte! Ich erfährt sonst ohne mich. Bist du hier mit Jordan? Das ist echt cool! Wir sehen uns morgen. Lass dein Shirt an! Inzwischen ist dein Zimmer frei. Wir könnten... Ich mach mir irgendwie Sorgen, wegen Rianne. Was ist mit ihr? Sie ist doch gerade weggefahren. Genau, das meine ich ja. Sie...